Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaktion Video auf meinem Kanal Cas Incredible. Heute gucke ich mir den indonesischen Sänger an, Afghan. Zudem habe ich schon mal Reactions gemacht zu MIA with Jackson Wong und Say I'm Sorry habe ich erst kürzlich rausgebracht, also das Reaktion Video und dann habe ich heute gesehen, er hat ein neues Lied rausgebracht. If I don't have your love. Ich tag mir so, oh my god, was für ein Zufall. Na gut, dann will ich das mir auch mal anschauen, bin gespannt, weil seine Stimme gefällt mir echt sehr gut und Afghan ist schon echt handsome. Ich würde sagen, lasst uns mal anfangen. Ich bin so excited. Ich kann das sehen. Ja. Warum sieht er so gut in dieser Stimme? Ja. 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 Und man denkt euch, einfach ne g Reed, 보면 ich mich zum glucbraisch zu quêersetzen. Es wird deductivisch wie ich hinein kann. Ja. Ja. lämig,jach f Korea ist noch eine Schrei- weetung. von der Welt. I mean, his songs could be played in the radio everywhere. It's really good. And the lyrics are good. And the whole music video is shot in a one shot. That's right. No cuts. Really interesting. It's not usual. This red looks so really good. I think Afghan is my favorite male singer from Indonesia. Oh my God. He is so handsome. So this was a reaction to his new song. It was really good. As I said it. Tell me your opinion about this song. How you like that. And if you have more suggestions. Write it in the comments. And if you haven't checked out my other Indonesian music reactions. to Starby, Unity, TGX, and, and, and. You can find it on my channel. And if you enjoyed this reaction video. Please like it. Don't forget to subscribe if you haven't done it yet. And yeah. Thanks for watching. Stay safe. Stay healthy. And I hope I will see you in the next reaction videos. Bye.